Dich zu kennen, kennen, bei Namen zu nennen, denn du weißt, dass hier der Tag mit dir ist dein Geschenk, denn du bist wie der Himmel, wie die Sonne, wie der Mond, ich schenk dir ein Konzert, oh ja, doch drüber zeigt die Party, yo, oh no, die Party steigt hier, mit dir an meiner Seite, ist gespockert und wir, wir chillen und bleiben happy, als wäre das garantiert. Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, oh da ist das Tor, gooo, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wir machen hier Pro Clubs, Roam Clubs Leute, Liga 1, let's go, danke. Welt offenbar, ich lese Volt, scheiße Leute, ich brauche eine Brille, ich brauche eine Brille Leute. Alles gut bei dir? Herzowitsch, es geht hier um Aufstieg oder Abstieg, ne? Passender Halt oder Abstieg, genau. 900 Spiele, 90 Innenverteidigung, 90 ZOM, 94 Torwart, oh ha, Skuri. Skuri, warum sagst du das nicht vorher, dann hätten wir nicht direkt jetzt reingelassen. Ey Skuri, bin trotzdem nicht der Beste. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, wir hatten hier schon viele, ne? Die haben gesagt, ich bin nicht so gut, ne? Gooo, Bervorzoo! Random Pass des Jahrhunderts Clip! Random Pass des Jahrhunderts! Alter! Random Pass des Jahrhunderts! Das gibt's doch gar nicht! Genau, Skuri, du wirst jetzt angenommen. Aber wir müssen aufpassen, ne? Das Spiel will, dass wir absteigen! Das Spiel will, dass wir absteigen, Leute! Modus! Oh, okay, jetzt haben wir auch Glück gehabt. Rück, zurück, zurück! E-Man ist auch da! Nein, was passiert da? Ich weiß nicht, Alter Topović. Ich weiß es doch auch nicht. So, Serkanović, Inspire ist jetzt auch da. Oh, da passt! Da ist doch! Booo! Boom! Alter, was für ein Ding! Noah! Die Maschine, Alter! Serkanović, Mega Flanke! Boah, Alter! Serkanović, was ist... Noah, was ist das für ein Abschluss mit Volley, mit Timefinish grün? Das sieht man auch selten, ne? Noah ist, Leute, Noah ist unser Lenkrad eSports oder Teil 2, ne? Nach Mertowicz. Guckt mal, Leute, Noah dreht durch an Inspire. Sehr stark, Leute, sehr stark. Serkanović blüht auf, Leute. Serkanović... Mega. Nein! Serkanović, doch! Oh, ich war wohl! Sehr stark. Die wirklich Pro-Clubs gut spielen können, ne? Oh, kein Abseits! Serkanović, hast du irgendwie heimlich trainiert oder so? Was ist da los? Ja, ich war wohl... Bis zum nächsten Mal. ben Perfekt. Merkje. Untertitelung des ZDF, 2020